mit einer schroffelte ist wirklich und nach c ist hier nur so aus alter das ding ist jetzt mal wenn ich damit kann man auch anfangen versuchen trotz auszuweichen das schlägt auch wirklich das ruder ein auch ist das schön freut mich so endlich mein gutes schiff gut ist noch anders aber im vergleich zu vorher war ich halt auf die zum beispiel und dann habe ich echt zu zählen kann 456 ok jetzt fängt er an einzulenken was hast du jetzt für eine nachladezeit 16,5 anstatt 24,2 8 sekunden schneller ist schon unterschied aber immer noch mini kasse sie bleibt stehen die blöde kuh aber direkt vorher schlägt alles ein jetzt schießen sie gibt gas er ist doch zum kotzen eine 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 blöde kugel hat getroffen das war mal der durchsteige mini kasse ich habe hier was anders eine klammikaze boah da habe ich schon mal ein bisschen was weg geschossen hast du gesehen habe ich toll gemacht oder da ja super ah da kommt wieder eine kamikaze rein hilfe ja du kriegst aber und ich bin zu offen wegen der flugzeuge flugzeuge offen hilfe kein halbmitleid ich habe meine torpedos wegen mitleid na kolberg muss ich fresse naja muß ja ja da ist jetzt ein b drin kannst du mir ein cover geben wenn b Kann wieder runterdrängen. Ich habe so das Gefühl, ich habe kein Karma. Uh, das hat dir wehgetan. Also, es quält mir jetzt schon besser. Schön. Alter, es quält mir jetzt schon deutlich besser, was ich hier machen konnte. Sehr gut, sehr gut. Citadel hit, kannst sogar die HE und AP wechseln nach Bedarf. Wunderbar. Es ist halt immer so das Problem, wenn du halt gerade anfängst mit einem Schiff und noch keine Ausflussung und nichts hast, dann kannst du überhaupt nicht aussagen, wie ob das Schiff gut ist oder schlecht oder was auch immer. Ja, ja. Der nächste Medikasse. Oh, fach. Der kann das später auch nicht. Steht, ne? Ich glaube, die Akansas später steht da hinten. Nee, die bewegt sich. Doch, die steht. Aber wie bewegt sie sich? Ganz minimal bewegt sie sich. Jetzt gibt sie wieder ein bisschen Gas. Dann geht's. Ja, ja. Dann geht's. Dann geht's. Da geht's. Ja. 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 Das ist ein Bot. Der schießt überhaupt nicht. Er kann das? Ja. Jetzt schießt aber woanders sein, aber ich auch nicht. Die ist so langsam. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe dauernd vorgeschossen, weil die so langsam unterwegs war. Ich habe dauernd vorgeschossen. Ich habe dauernd vorgeschossen. Ich habe dauernd vorgeschossen. Das ist ein Colossau. Ich habe dauernd vorgeschossen. Ich habe dauernd vorgeschossen. Er hat das stinkig. Ja Ich wollte ja nur so sagen, fick dich, incoming Na, Jungen schießt auf mich Kein Wunder, ich bin ja auch hier grad ziemlich alleine Fällt mir nicht, sollte ich nicht hier bleiben Kannst du da hinter die Mene Kassel mal, vielleicht? Kannst du in den Norden gehen? Okay Schauen wir mal Die Arcade wäre scheiße Ah, die dreht wieder ab, dank dem Flugzeugträger Boah, das hat weh getan von der Da hat sie mich voll erwischt Ich rächt dich Also richtig kräftig Deiner Salve, mich fast rausgenommen Äh, ich glaub das soll Schlachtschiff spielen Ein bisschen overpowered Du sollt die Schlachtschiff spielen Weil die so stark sind Ja, ich bin jetzt raus Nein Er schießt wieder auf mich Boah 3000 Lebenspunkte ey Was macht denn die Wyoming da? Steht die rum? Ja, auf jeden Fall, also sie hat ein paar glückliche Treffer gelandet Da oben, die ist wirklich am Cap'n, die Mene Kasse Oh, nicht aufgehen, nicht aufgehen, bitte Oh, nicht aufgehen, nicht aufgehen, bitte Geht die Minikasse jetzt drauf, oder überlebt sie das? Die wird, es wird so schön, wenn die draufgehen wird Dann kann ich da weg und C cappen Boah, ne, die macht die Miyogi fertig Leva Yomi Noch zwei Flugzeugträger, ey Schon wieder Kraken, Alter, was ist mit dir los? Heute Abend gehst du echt übel ab Hab mich gut eingespielt Ich hab nur noch 2700 HP, ne, also Mhm, aber die Kirov geht ja gleich da Ja, aber selbst die Milikasse kann mich mit ihren Geschützen rausnehmen Dann verkummel dich lieber Boah, Kirov schießt schon auf mich Sie hat halt Reichweite bis zum Geht nicht mehr Was machst du jetzt, Kirov, was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich hab kein Incoming wieder gekriegt Jetzt krieg ich ein Incoming Da ist die Mene Fährt weg, sehr schön So muss das sein, Mene 980 HP Der Kirov versteckt sich da jetzt in einem Felde? Ob das so schlaue Kirov, ich weiß nicht, ich weiß Da kommt ein Panda Ich krieg jede Menge Tops ab Dann bin ich down Schade Er hat mich die Mene Oh Mann Mann Ja, aber trotzdem, das Ding ist schon besser als vorher Immer noch kein großartiges Schiff, aber es ist immer noch besser Bisschen mehr Glück gehabt, es werden locker gegangen Sehr schön Jetzt darfst du noch nicht sterben Ist immer noch eine Phoenix hinter dir Das ist halt echt das Fiese bei den Kreuzern, ne? Weil so, die werden echt so hart gecountert wie nichts anderes Wenn die eine Salve abkriegen, sind sie raus Ja, ja, das hat mich so genervt, ja Das ist so unfair, weil ich soll das einfach mal die Zitadelle aufschaffen, dann wär das viel schöner Kreuzer-Countern zwar Zerstörer, aber nicht in dem Maße wie Schlachtschiffe Kreuzer-Countern Und auch nicht in dem Maße wie Zerstörer Schlachtschiffe-Countern Schlachtschiffe kann so viel tun, um sich gegen einen Zerstörer zu wehren Heftig, ganz ehrlich, wer genervt gehört, sind einfach nicht die DDs und auch nicht die Kreuzer, sondern die Schlachtschiffe Die werden massiv genervt, hey Aufmerksamkeit . . . . . . Vielen Dank, everyone. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut erzogene Hunde halt. Was war heute Abend so um sie? Ja, die eine, die kleine, neue, die ist halt... ...neunundsechzigtausend damage. Nicht schlecht. Ja, trotzdem. Guck mal, ich bin auf Platz 3, obwohl ich recht früh gestorben bin. Ich habe viel Schaden gemacht. Ja. Ja. Also, ich habe mich nicht schlecht...